Auf! 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 So, Männer. Hier steht nur die Dienste der Vereinigten Ostindischen Kompetenien. Und wir haben eine Ladung kolonischem Potsdam mit der Stimmung Bastavia an Bord. Aber wir fahren doch nicht nach Indien. Doch, wir fahren nach Indien. Wir sollten auch noch Richtung Süden fahren. Das ist ein bisschen müde. Das ist weiter. Und wie lange... Wie lange wird das nicht dauern? Drei Jahre, Gerd Franz. Drei volle Jahre. Verdammt. Maul halten! Ihr habt unterschrieben, Kurbeljahr. Männer, ich bin ein guter Kapitän. Jeden Morgen kriegt ihr eure Aktion Brand. Aber Schlappschwänze oder Meuchler können wir an Bord nicht gebrauchen. Schon haben wir etwas von Kiel holen? Klappschwänze oder der siebenschwänzigen Katzen gehört. Schön. Merkt euch das. Ach ja, unser kurzes Stück. Tippe. Schwindigkeit. Fünf Knoten. Alle Jahre, Männer. Deckstrom und Dragwasser abpumpen. Na los! Gelöst. Ihr geht ins Hofbester gegen Land. Jupp. Hier ist doch eine Frage mit Pumpen. 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 Bring ich zuhause ab. Hier. Nicht so vorsichtig, jetzt. Was ist das? Peter weg! Überbord mit dem Dreckstück! Das ist meine! Das war ein komisches Schwimmchen, Hirte. Kommt ihr uns holt es euch doch. Kommt ihr mir an! Kommt ihr mir an! Darum habt ihr so ein hohes Stümpfchen. Wir haben ein kleines Weißchen an Bord. Gib mir ein Küsschen. Ich werde auch nichts verraten. Röntgen Stamm! Ich zeige euch meinen Käpt'n an! Ich schneide mir die Gunkel durch. Nicht schon! Gib mir das Messer zurück. Ich werde auch nichts verraten. Ich schwör das. Sieben Gold ist ja bei einem Wurst als Jemmer. Hallo, der Löhre. Jan Hille. Hille, Till Jan. Was hatten Sie abgemacht? Der Löhre ist kein Messer an Bord. Kapitän, das ist meins. Pass los auf, Rottnase. Danke, Marc. Wie im Gold, Marc. Ich werde es schnell, Jan Hille. Komm, wir müssen auf Rackwasser abtunnen. Danke, Marc. Danke, Marc.